Auf der linken Seite haben wir zwei Reihen mit richtig reichen Lucky Blöcken, aber auf der rechten Seite haben wir zwei Reihen mit super armen Lucky Blöcken für richtig arme Schlucker. Und wir werden jetzt heute das XXL Lucky Block Rennen machen mit meinen ganzen Freunden und mal schauen, wer die reichen Lucky Blöcke bekommt und wer die armen bekommt. Lea, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit und ich bin sowas von überzeugt, dass ich natürlich die reiche Seite bekomme. Okay, das werden wir gleich sehen. Luke, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit, aber ich bekomme auch die reiche Seite. Oh ja, das werde ich auf jeden Fall nicht hoffen, denn ich bin die reiche Seite. Lili, bist du bereit? Okay, ich bin mehr als bereit. Ich bin viel reicher als du. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns auslosen, wer welche Reihe bekommt. Bitte, werde ich reich, bitte werde ich reich. Ich würde sagen, ihr macht als erstes. Oder ich mache als erstes. Stopp, stopp, stopp. Okay, Leute, lasst einen Like da unten, Abo, damit ich die reiche Seite bekomme. Hier vorne haben wir ein paar Zettel drin. Und bitte, 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 Leute, drei, zwei, eins, Like abonnieren. Was habe ich bekommen? Bitte reich, bitte reich, bitte reich. Und? Und? Ich bin reich, Leute. Let's go. Oh yeah, let's go, let's go, let's go. Und jetzt müsst ihr wieder rauslosen. Oh yeah, super, Freunde. Das heißt, ich bin schon mal auf der guten Seite. Okay, Freunde, mal schauen, was Lili als nächstes rausbekommt. Und? Äh, äh, ich bin arm. Haha, hab's genommen, Lili. Okay, Luke, was kriegst du? Äh, ich, ich mache jetzt auch arm. Hä? Äh, ich bin auch arm. Warte, was? Nein, was? Nein. Okay, Lili, das heißt, du bist auch reich. Du musst da gar nicht mehr draufdrücken. Du bist etwa auch reich. Oh man. Okay, naja, ich würde sagen, let's go, lass uns sofort starten. Schnell öffnen, wir müssen als erstes beim Ziel sein. Was ist das denn? Oh nein. Was ist das denn? Ein Villager? Alter, Leute, was kriegt... Äh, was hat Lili da vorne bekommen? Junge, du wurdest von in der Pyramide eingesperrt. Haha. Oh man, was kriegt man... Oh man, hier sind noch mehr Lucky Blöcke. Das ist voll cool. Und... Was? Was hat Lili da bekommen? Alter. Alter, warte mal. Lili, hast du da so eine Axt bekommen oder was? Eine Axt? Äh, oh, oh. Was ist passiert? Was geht da ab bei ihr, Leute? Alter, ähm, ich sehe da einfach nur eine riesige Axt und du bist da eingesperrt oder was? Oh no. Oh no. Was macht ihr denn? Auf der Armseite sind überall auf der Arm-Schlucker-Seite so richtig viele Zombies. Ey, Luke, was kommt da raus? Kommt da irgendwas Gutes raus aus den Pups-Lucky-Blöcken? Äh, nee, da kommt gar nichts Gutes raus. Äh. Haha, einschicken. Das bringt dir gar nichts. Ey, aber besser. Aber ich muss ehrlich sagen, schau mal, ich hab die reiche... Aua, Hilfe! Ich hab die reiche Seite, aber schau mal, ich hab hier vorne nur einen einzigen Spongebob Schaumfob bekommen und mehr nicht. Aber egal, Leute. Ja, aber ich bin direkt explodiert am Anfang. Was? Als ob, Junge? Ah, ich sehe das Loch dort vorne. Was hat Lili dort hinten? Hä, bisher habe ich voll die guten Sachen bekommen. Schau mal, ich hab so einen Brunnen. Oh yeah. Oh, hier sind ganz viele Endermans. Hilfe. Okay, warte. Einfach nicht angucken. Einfach nicht angucken. Okay, Leute. Ich muss den nächsten Lucky Block... Ghast Hunt, you set, go. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, nein, nein. Warte, was? Das sind viele Ghast gespawnt. Kill the Ghast. Ich kann nicht mehr was machen. Ich hab nicht... Oh, warte mal, ich brauch einen Bogen. Ich brauch einen Bogen. Okay, komm. Let's go. Ein Ghast getötet. Komm schon. Egal, ich mach einfach weiter. So, zack. Zweiten Ghast getötet. Ey, Alter, Leute, warum sind hier so viele Ghast, Junge? Oh nein, ich hab einen Enderman aus, das sind ja abgeschossen. Oh nein. Das war gar nicht gut. War keine gute Idee. Alter, ich hab einen Bogen. Yo, ich hab einfach hier... Ich glaub, die ist voll klein. Ich glaub, die ist richtig groß. Du hast richtig krasse Items bekommen. Was? Alter. Hey, das ist unfair. Ich hab nur einen Chicken und eine Potato. Aber guck mal, meine Potato ist einfach die... Die leuchtet, meine Kartoffel. Äh, stimmt. Ey, Lilly, was hast du für eine Kartoffel da? Ey, aber schau mal, was ich bekommen hab. Ich hab... Äh, Hilfe. Guck mal, ich hab so... Was ist das? Ich hab so schwarze Sterne bekommen, weil ich die ganzen Ghast erledigt hab. Ey, warte mal. Lilly, äh, Luke, hier. Bumm. Ah. Aua, was ist das? Keine Ahnung. Nein. Alter, Luke, aber du hast auch voll die krassen Sachen. Ich hab das Außenbogen. Ey, Freunde, die haben alle krassere Sachen als ich. Ich muss jetzt... Au, Hilfe. Hä? Alter. Möchtest du mal draufdrücken, Leute? Was passiert da? Wow. 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 Ah. Wow, Hilfe. Äh, äh. Aua, Leute, aua. Also bisher hab ich nicht so... Glück mit den reichten Lucky Blöcken. Junge, was geht hier ab, Alter? Was sind das für Typen? Die sch... Alter. Die explodieren einfach. Ich hab Angst vor ihnen. Du musst aufpassen. Ich glaub, die Achse, die du dort siehst, die, äh, die ist hinter uns her. Die Achse sind hinter uns her. Wie, die ist hinter... Warte mal, wie... Oh, nein. Die ist wirklich hinter uns her. Warum ist die zu mir gerade gerannt? Junge, was geht hier ab, Leute? Die reichen... Was ist denn hier denn los? Luke, Luke ist ja schon richtig weit und Lilly auch. Nein. Was ist hier los? Au, ja, ich werd sowas von gewinnen. Ey, Freunde, das wird doch so spannend. Schau, dass wir oben bis zum Schluss mal schauen, wenn dieses XXL-Level gewinnen wird. Ey, warum ist diese Achse... Warum... Kann ich die irgendwie runterschlagen? Ich hab die Achse runtergeschlagen. Let's go. Oh, was hab ich hier bekommen? Superhero-Portion. Alter, die ist richtig gut. Schaut mal, Stärke und alles. Oh, das lass ich auf jeden Fall für später noch. Für den Kampf, Leute. Für den epischen Kampf. Was hab ich hier bekommen? Oh, kriegst du Lucky Head? Kann ich mal einen eigenen Kopf anziehen? Okay, ich find cool. Ey, warte mal. Der gibt ja voll die krassen Sachen. Einfach hier Blast Protection und Fire Protection. Das heißt, die Blazes können mir nichts mehr anhaben. Ey, Leute, was geht da ab, Junge? Ich hör nur noch Explosionen. Hilfe, Hilfe! Wer schießt mich hier ab? Alter, was ist das? Alter, aua, das sind die Teile dort unten. Die sind ja richtig schlimm. Und, was krieg ich raus? Ganz viele Sterne, let's go! Das waren doch nicht meine Sterne. Die haben mich einfach in die Luft gesprengt. Junge, Junge, was geht hier ab, Alter? Lea, du hast ja nicht mal einen Lucky Block geöffnet. Was geht da ab? Nicht einen einzigen. Was sagst du bitte, wie schwer das ist? Ja, Junge, was passiert hier, Leute? Ich werde hier die ganze Zeit umgebracht. Das ist so schwer. Das ist unmöglich. Okay, schau mal, was ich hier habe. Was hast du bekommen? Sieht ja merkwürdig aus. Hä? Du hast ein Kristall bekommen, aber was bringt der da? Ich glaub, der bringt gar nichts. Ey, Junge, gefühlt mal kriegt... Ja, ich renn nur schlechte Sachen aus den Reichen. Ich werde die ganze Zeit runtergeschubst. Oh, ich hab ein Endportal bekommen. Ein Endportal? Ja, dann geh da mal rein, dann kommst du nicht weiter. Ey, das wäre, glaub ich, nicht so eine gute Idee. Nein, nein, ich darf jetzt nicht abgeschossen werden, Leute. Einfach durchrennen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, ich bin schon wieder mit... Alter, ich raste aus. Hilfe. Okay, Freunde, komm, wir müssen weitermachen, weil Luke ist schon viel... Oh, was geht hier ab, Junge? Ich raste aus, Alter. Ich raste aus, Leute. Das ist unmöglich gefühlt. Das ist unmöglich. Die ganzen Animals attackieren mich die ganze Zeit. Ey, Leute, ich krieg wirklich nur schlechte Sachen. Lea, hast du irgendwas... Lea, du hast hier schon eine ganze Rüstung gefühlt, hä? Was geht da ab? Äh, ja, aber ich glaube, ich hab eine Rakete ins Weltall geschickt. Yo, da ist wirklich eine Rakete da ganz oben. Haha. Ey, Lea, warte mal, du bist mir eine zu große Konkurrenz. Ciao, ciao. Ups, ich getroffen. Ey, warte mal, was wird das? Äh, zack, bumm. Ey, warte, ich komm zu dir rüber. Ey, nein, nein. Ah, warum fall ich runter? Okay, Freunde, wir haben noch richtig viele Lucky Blöcke vor uns. Das heißt, wir müssen uns jetzt anstrengen. Ey, bitte müssen wir... Ich hab was richtig bekommen. Jetboots. Alter, ich kann fliegen. Ich kann im Swimbo fliegen. Ey, wenn meine Freunde das sehen, die werden richtig ausrasten. Ich bin so OP, Leute. Eigentlich hab ich... Ja, okay, jetzt. Das ist übelst OP. Das ist... Das ist überhaupt nicht OP. Das ist überhaupt nicht OP. Bin ich jetzt wieder... Ich bin jetzt wieder blind, Alter. Ne, ich verschwinde einfach. Die sollen mich in Ruhe lassen, Leute. Diese Skelette sind so schrecklich. Ja, ich hab hier diese fliegenden Schuhe. Die sind so OP, Alter. Let's go. Wenn die wüssten. Warte mal, wir gehen mal rüber zu Lili und pranken die kurz, Leute. Okay, rüber da und... So, zack, zack, zack. Die nächste Lucky Blöcke öffnen. Ey, ich bekomme wirklich nur blöde Sachen. Die ganze Zeit nur Ledersachen. Hä? Okay, was machst du denn da um? Äh, hallo, Lili. Was geht ab? Ciao, ciao, Lili. Boom, nimm das, Junge. Ha, 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 ha. Ha, ha. Du machst dir einfach selber Scham, wenn du mich hättest. Siehst du das? Hä? Warte mal. Du hast Dorn oder sowas drauf, oder? Okay, egal, Leute. Lasst uns weitermachen. Wir müssen schnell uns beeilen. Ey, ich muss diese Lucky Blöcke da weglassen, weil diese ganzen Skelette sonst mich abschließen. Ich hab Angst vor denen. Freunde, jetzt müssen wir uns richtig beeilen. So, die Skelette sind weg. Rüber da. Ich kann einfach fliegen. Das ist sowas von... Warum kriege ich die ganze schlechte Sachen? Habe ich irgendwie so Anlack-Lucky-Blöcke? Junge, das kann doch nicht sein. Ihr bekommt die ganze coole Sachen und ich bekomme hier irgendwelche Waffen, die mich jagen. Nee, ganz ehrlich, das reicht, Leute. Ich muss die irgendwie runterschubsen, diese ganzen Waffen. Hier, nimm das, Junge. Boom, Alter. Runter da. Das sind irgendwelche unsichtbaren Monster, glaube ich, wahrscheinlich. Kommt weg da, weg da, weg da, weg da. Runter mit euch, runter mit euch. Kommt schon. Ich hab so Unglück, Leute, obwohl ich die reichen Lucky Blöcke habe. Okay, ihr wisst ja was? Ich öffne die einfach in der Luft. Nee. Der hat meine Rüstung geklaut. Ich hab gerade recht krass Rüstung geklaut. Wir kommen aus dem Lucky Blöcke und der hat die einfach geklaut, dieses Monster hier. Du kleiner Fiesling, Junge. Ich wollte die Rüstung haben. Runter mit euch. So, zack. Okay, öffnen wir jetzt die nächste Lucky Blöcke. Was hab ich denn hier bekommen? Ein Brunnen. Okay, mal schauen, was ich aus dem Brunnen bekomme, Leute. Wir öffnen, wir schmeißen. Hey, schau mal. Yo. Ah. Ey, was soll das? Oh nein, ich verbrenne, ich verbrenne, ich verbrenne. Warte mal, du kannst fliegen. Ja, na klar kann ich fliegen, Junge. Ich bin Profi. Oh nein. Also, ich glaube, gegen Luke und gegen Lilly wird es nicht so ein schweres Duell. Aber gegen dich, du hast ja die richtig krassen Items, Alter. Was? Oh ja, natürlich. Ich bin auch die Beste von allen. Ey, das würde ich jetzt nicht sagen. Vertraue mir, Alter. Ich werde dich gleich zuhause nehmen. Was ist das denn, die hier gibt es? Okay, warte mal. Ich esse das mal, Leute. Ich kann hier einfach den Cookie-Stern essen. Ich esse das mal auf, Leute. Und? Bitte was Gutes. Oh ja, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Sehr gut. Okay, was kriegen wir jetzt? Ich kriege die ganze schlechte Sachen. Okay, einfach wegschliegen. Einfach wegfliegen, Junge, Leute. Kein Problem. So, zack, was? Oh nein. Oh nein. Oh nein, weg hier. Oh nein. Alter. Alter, war das knapp. Ey, zum Glück konnte ich fliegen, Junge. Sonst hätten diese ganzen Sterne mich erledigt. Alter, das ist so schlimm. Lea, ich bin schon weiter als du, ne? Ha, ha, ha. Let's go. Ey, weiter als ich? Was? Baby-Uki. Was macht Baby-Uki hier? Papa! Was geht ab, Junge? Warum bin ich die Statue? Haha, Papa, Baby-Uki ist einfach eine Statue. Okay, was macht hier vorne Lili, Leute? Lili ist wieder gestorben durch die ganzen Blazes, Alter. Was geht da ab, Freunde? Das ist so schlimm. Und die armen Reichenblöcke. Wir haben so einen Vorteil. Aber zum Glück habe ich die auch bekommen. Ultimate Shayspray-Enchant. Okay, das ist eine Verzauberung. Das behalte ich auf jeden Fall, Leute. Das kriegen wir hier raus. Komm schon. Oh, nein. Alter, Hilfe. Wer willst du denn, Junge? Weg da. Bam, Alter. Runter mit dir. Dich nehme ich hops, Alter. Du hast keine Chance. Oh, Alter, ein halbes Herz, Leute. Wow. Hä? Oh mein. Äh, U-Ukri, schau dir das mal an. Junge Lärm, warum bekommst du ganz so krassen Sachen? Ich habe einfach gar nichts. Du bist damit, Mann, Schrad. Was, Alter? Ey, die kriegt so krassen Sachen. Ich brauche auch so krasse Sachen. Hm, was bekomme ich denn hier raus? So, ich kriege nur schlechte Sachen aus dem Pupsi. Lacken, was bringt mir das alles? Ich habe nur eine Eins hier. Lieder, was du? Bitte was kurz. Ja, bis Lacki, Uli. Was bringt mir das? Haha. Junge Lili, du hast so Karma bekommen. Junge, du hast mich immer ausgedacht, weil ich kein Geld habe. Und jetzt hast du selber kein Geld. Und mal schauen, was wir als nächstes enderperlen. Okay, das können wir auf jeden Fall gebrauchen, um es fortzubewegen. Ey, Leute, wir brauchen bessere Sachen als Lera. Sie ist so eine große Konkurrenz. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Weg hier. Ich kriege die ganze Zeit so viele schlechte Sachen. Das ist so unfair. Ey, ich habe gewonnen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Das ist so okay, glaube ich. Keine Ahnung, was es ist, aber das sieht so krass aus. Wer auch immer... Ey, Lera, schau, was ich habe. Schau, was ich habe, hä? Du kannst aufheben. Du kannst aufheben. Nein, ich habe nur einen Effekt. Na los, komm schon her. Jetzt kriege ich dich. Du kommst gar nicht runter. Ciao, ciao. Warte, was? Bleib oben. Tschüss. Ganz viel TNT ist bei mir. An dem Dach, dann attacke ich dich eben so. Hey, hey, hey. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Sie ist einfach runtergefallen. Ciao, ciao, Lera. Ich glaube, die will jetzt die Lucky Blöcke von Lea klauen. Was macht die da? Oh nein. Warte mal, was willst du denn? Was macht denn der Lili da? Lea, ich klaue jetzt alle deine Lucky Blöcke. Ey, Lili will jetzt einfach die Lucky Blöcke klauen. Was geht da ab? Ey, Lili. Au ja, ich bin in Klaus. Der hast du es richtig gezeigt. Oh Mann, Lili wollte die Lucky Blöcke klauen. Und ich gehe lieber nicht die Lucky Blöcke von Lea klauen. So passiert genau das, was gerade bei Lili passiert ist. Leute, ich muss am Schluss gewinnen. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit den Lucky Blöcken. Ich muss alle Lucky Blöcke öffnen bis zum Schluss, Leute. Da vorne ist schon das Ziel. Und gleich werden wir... Was ist gerade passiert? Alter, was soll das, Junge? Ich habe so viel Unglück, ne? Das ist so unfair. Ganz ehrlich, Leute. Egal, wir machen weiter, wir machen weiter. Wir müssen am Schluss gewinnen. Mal schauen, wer das spannend ist. Am Schluss gewinnen. Ich kriege die ganze Zeit wieder irgendwelche Monster, unsichtbare Monster, die mich attackieren. Ein Huhn, das hat mich attackiert sogar. Das sind ein Huhn, Leute, mit einer Axt, Alter. Oh, die Jetboots. Hier, Leute, nehme ich mal mit. Das ist einfach, falls irgendwie, Leute, irgendwie meine einen Jetboots kaputt gehen, dann habe ich hier die zweiten. Gar nicht mal so schlecht. Mal schauen, was wir jetzt bekommen. Bitte was Gutes, Leute. Kommt schon, ihr habt doch alle ein Like da da lassen. Warum kriege ich nichts Gutes? Freunde, jetzt nochmal alle Hashtag 100% Glück in die Kommentare. Vielleicht habe ich dann richtig viel Glück, Leute. Kommt schon, Freunde, alle Hashtag 100% Glück. Vielleicht kriege ich dann richtig viele krassen Sachen. Junge, weg da. Ich muss mehr krassere Sachen als leer bekommen. Und dieses Monster will nicht runter. Runter mit dir. So, zack. Okay, Freunde, ihr habt jetzt alle in die Kommentare 100% Glück geschrieben. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich funktionieren, Freunde. Mal schauen, was wir rausbekommen. Ach, das klappt doch eh nicht. Schreibt alle minus 100% Glück. Ah, okay, warte mal, jetzt kann ich dir meine Axt austesten. Und, komm her, komm her, Enderman. Was für 100, minus 100% Glück. Nein, schreibt alle nur 100% Glück. Nun, das funktioniert natürlich, Alter. Ich zeige es dir. Okay, Freunde, der nächste Lucky Block wird so viel Glück geben. Ich sage es euch. Ich sage es euch, Alter. Enderman, komm her. Boom. Jo, die Axt ist richtig krass, Alter. Wie hart habe ich den gerade gelitten? Der hat einfach gebrannt dann. Okay, Freunde. Ihr habt alle kommentiert. Dann würde ich sagen, lasst uns beweisen, dass es geht. Mir geht so krass Rüstung. Wir brauchen auch die. Wir brauchen die auch. Und, Kopfschut, bitte. Jo, es hat wirklich funktioniert. Wir hatten Glück. Wir haben einfach OP-Gold-Äpfel bekommen. Ey, das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass bei unserem Inventar hier ein bisschen zu teilen. Wir haben hier voll viele unnötige Sachen wie Emerald. Das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. So, zack, das brauchen wir auch nicht. Blaze, Powder brauchen wir auch nicht. Ey, wir haben so viele dumme Sachen. Aber ganz ehrlich, ich brauche mehr Rüstung. Wir haben gar keine Rüstung, Leute. Bitte über Rüstung. Und, jo, direkt Rüstung bekommen. Ey, es hat wirklich funktioniert, Leute. Als ihr alle das in die Kommentare geschrieben habt, habe ich auf einmal richtig viel Glück bekommen. Hä? Hä? Warte mal, was kriege ich jetzt? Junge, ich habe nur noch Glück, Leute. Ihr seid die Besten. Alter, einfach Schatten ist einfach ein richtig krasses Schwert. Und eine Axt auch, Leute. Aber ich habe hier etwas Krasseres, glaube ich. Okay, bitte was Gutes jetzt. Es muss was Gutes sein. Junge, ich kriege nur noch Glück, Leute. Ihr seid so krass, Alter. Was? Epic Lucky Portion. Let's go. Hä? Lea, was machst du denn jetzt da hinten in dieser Box? Ey, ich bin in irgendeinem Labyrinth. Das ist ja mega cool. Yo, warte mal. Ich glaube, wenn du, wenn du, hier steht Fight the Treasure. Alter, also wenn du das Ziel findest, den Schatz, dann kriegst du irgendwas Krasses wahrscheinlich. Hast du ihn gefunden, ja? Hier sind ganz, ganz viele Schätze. Und, oh, schade. Du hast ganz, komplette Rüstung? Hä? Ja, natürlich. Ich bin sowas von krass jetzt. Oh, fuck. Ey, ich muss auch was Krasses bekommen. Junge, ich kriege bisher eigentlich nur gute Sachen. Aber, ey, es ist dein Ernst, Leberstück, Dustin, Alter. Hier, ein Dustin. Aha, hast du davon. Hier, Boom, Junge. Bam, Alter. Passt auf, Lea. Was möchtest du damit bitte bewirken? Ich bin doch sowieso besser als du. Oh, nein. Sie hat viel bessere Rüstung. Ey, Luke. Junge, wie geht es eigentlich dir, Alter? Hast du bisher Gutes an? Du hast ja natürlich einmal einen Rüstungsteil. Du kriegst hier wahrscheinlich nur schlechte Sachen, oder? Bei einem Lacky-Black. Ey, überhaupt nicht abzuschießen, Luke. Alles klar, Mann hier. Junge, chill mal. Ich kriege nur schlechte Sachen. Ich hasse dich, Uri. Ey, was soll denn? Ich kann doch nichts dafür, dass du schlecht hast. Du hast Goldäffel bekommen. Ey, das ist gar nicht mehr so schlecht. Das habe ich auch bekommen. Aber hast du so einen Okri-Pet-Bunny? Hast du auch so einen Hasen wie ich, Junge? Wahrscheinlich nicht, ne? Und hier, ich habe sogar einen Hund, Alter. Einen Babyhund. Keine Ahnung, was mir das bringen soll, aber... Ja, let's go, Leute. Ich habe endlich mehr Rüstung bekommen. Und die scheint auf jeden Fall richtig krass zu sein. Weiter geht's, Leute. Und... Willkommen. Hä? Was? Was hast du bekommen? Feen, schau mal. Feen? Hä? Wie, du hast eine Feen bekommen? Das ist einfach ein Fairy, Leute. Ah, ey. Aber was soll das? Das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Hier, zack. Du musst meinen Cookie wieder essen. Junge, Luke, du bist ja recht weit. Oh nein, Leute. Die holen alle auf. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Und kommt schon, der Lucky Block. Hä? Was ist das denn? Ich glaube, ganz ehrlich, am wenigsten Glück hat hier Lili, Junge. Die ist ganz hinten. Wie geht's dir, Lili? Alles gut bei dir? Okay. Ich will nicht mehr arm sein. Ich kriege nur schlechte Sachen. Was ist das hier? Bitte sehr. Ich habe keinen Bock mehr. Äh, äh. Pff. Haha. Warum geht bei Lili ab? Okay, klar, Leute. Ey, Lili tut mir echt leid. Was hast du denn? Alter, Lea ist so eine große Konkurrenz. Ne, ich muss den nächsten bekommen. Bitte. Bitte was Gutes. Lucky Sword. Okay, das ist gut. Alter, das ist safe. Krass. Warte mal. Kann ich damit jetzt die Lucky Block öffnen? Kriegen ich krass Sachen? Hä? Find the Nether Star? Oh, da vorne ist er. Da vorne. Okay, warte mal. Ich muss den Nether Star. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn, Leute. Das ist der Nether Star. Let's go, Leute. Ich habe den. Ich habe den. Ich habe den. Ich habe ihn gefunden, Freunde. Noch 10 Sekunden. Aber ich habe ihn schon gewonnen, Junge. Easy. Ich habe den Nether Star gefunden. Was kriege ich jetzt da durch, Leute, dass ich den gefunden habe? Was kriege ich jetzt da durch? Ich weiß nicht. Kriege ich irgendwas Krasses vielleicht? Und? Komm schon. Habe ich irgendwas Gutes bekommen? Ich glaube, ich habe hier diese Astral Sterne bekommen. Keine Ahnung, was die bringen. Müssen wir auch gleich austesten. Ich muss mal mein Inventar schon mal ein bisschen sortieren, weil gleich fängt der Kampf an, Freunde. Gleich ist es soweit. Es wird so spannend. Wir kämpfen gleich einfach. Wow, schau mal, wie weit ich schon bin. Oh, ich glaube, das ist gar keine Chance mehr. Oh nein, ich muss mir beilen, Leute. Schnell, schnell, schnell. Was ist das denn hier? Ultimate. Ich habe einen Amboss bekommen, okay? Einen Amboss ist eigentlich ganz nützlich. Freunde, mal schauen, ob wir hier vorne was verzaubern können. Und, komm schon. Yo, let's go, Alter. Jetzt haben wir eine richtig, richtig krasse Schutzplatte, Leute. Wir haben die einfach mit dieser einen Verzauberung, die wir am Anfang bekommen haben, ausgerissen. Und der ist schon fast fertig. Oh no. Und Luke ist auch schon fast fertig, Junge. Ah, Hilfe. Ey, Luke, deine Ghasts attackieren mich. Ready? Das sind nicht meine Ghasts. Oh, das sind meine Ghasts hier vorne. Jungen, warum sind hier so viele Ghasts? Überras sind hier Ghasts, Leute. Komm schon, ich muss die alle zerstören. Richtig krasse Sachen, Freunde. Das hatte ich ja eben auch schon. Zack, zack, zack. Diesmal weiß ich ja, was ich zu tun, Leute, habe. Diesmal weiß ich, was du zu tun habt. Junge, ich fick runter. Aber keine Sorge, ich kann fliegen, Leute. Zack, boom, nimm das. Hier vorne ist ein Ghast. Zehn Ghasts muss ich treffen. Komm schon. Noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Nein. Ja. Ich habe es geschafft. Es waren alle, oder? Boah, ich habe richtig viele von diesen Sternen bekommen. Ich glaube, die sind richtig gut. Die sind, glaube ich, richtig gut. Oh, Alter. Wer schießt mich hier ab, Alter? Was wollt ihr, Junge? Ich bin OP, Alter. Nimm das hier, du blöde Ghast, Junge. Bam, weg mit dir. Weg mit dir, Leute. Okay. Oh nein. Lea hat nur noch drei Lucky Blöcke, dann ist die fertig. Aber sie ist wieder hinten. Sie ist wahrscheinlich gerade gestorben. Hier, komm schnell, Leute. Wir müssen weiter, Mann. Bitte, ich muss das Rudest jetzt bekommen, Leute. Bitte, 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 bitte. Lucky Päuschen wieder. Okay, das ist ganz gut. Aber ich brauche mehr Rüstung, Leute. Ich brauche mehr Rüstung. Hier Lucky Boots nehme ich auch mit. Ich brauche mehr Rüstung, Freunde. Ich brauche unbedingt Rüstung. Okay, kriege ich irgendwas? Nein. Ich habe Unglück. Ich habe Unglück wieder. Ich habe Unglück, Leute. Das ist so ehrenlos. Nein, mein Hund, mein Babyhund stirbt. Ey, nein. Was habt ihr getan? Was ist das denn? 100% Glück. Okay, ich habe einen richtig krassen Block bekommen mit 100% Glück. Junge, leer. Schau mal, was ich jetzt rausbekomme. Und bitte was Gutes, bitte was Gutes. Hä? Starship? Was passiert da? Warte mal, was passiert. Oh. Warte mal, siehst du das? Ich habe ein Schiff bekommen. Hey, wie cool ist das denn? Wow. Moin, Leute. Ich habe hier irgendein Schiff. Ich muss es, glaube ich, öffnen. Okay, let's go. Rein da. Hier, rein da. Okay, zack. Bam, erledigt, Alter. Easy. Und? Hä? Was bekomme ich jetzt dadurch, Leute? Bekomme ich irgendwas Gutes? Hallo? Ich bin hier in dem Schiff und ich habe keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Ich muss noch oben. Hier. Ey, nimm das, Alter. Hier. Oha. Ich muss hier gegen so irgendwelche Bosse kämpfen. Was geht hier ab? Junge. Ey, leer. Wenn du das sehen würdest. Wenn du das sehen würdest. Die sind richtig krassen Bosse. Aber meine Schwert ist so krass. Schaut euch das mal an. Ich habe hier richtig viele krassen an. Let's go, Leute. Hier ist Essen drin. Essen habe ich gebraucht. Auf jeden Fall, Leute. Sehr gut. Ich erledige die alle. Kommt her. Yo, die sind gar nicht immer so schlecht. Aber, oh, die haben eine Waffe. Die haben eine Waffe. Nimm das. Yo, let's go. Ich habe mehr Besiegt. Und hier ist bestimmt wieder was krasses. Und? Bist du da oben schön am Verlieren? Ne, nicht am Verlieren. Ich gewinne, Junge. Was war Verlieren, Junge? Ich würde niemals verlieren. Hä? Was redest du? So, let's go, Leute. Ey, Junge. Ich kriege gerade die krassesten Sachen. Ich habe hier sogar... Warte mal. Ich habe eine Kanone bekommen. Was für ein Blöd ist. Das Beste, was du bekommen konntest. Einfach eine Kanone habe ich bekommen. Let's go. Typ Bam, Alter. Aller erledigt. Und? Komm schon. Oh, das ist der Skeletor Boss. Oh, nein. Ich muss gegen ihn auch kämpfen, Freunde. Werde ich es schaffen. Komm schon. Wenn ich gegen ihn schon gewinne. Oh, nein. TNT. Nein, meine ganzen Items. Meine ganzen Items, Junge. Nimm das Skeletor Boss. Bam. Alter, der macht gut Schaden. Der macht gut Schaden. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe ihn besiegt. Let's go, Leute. Und da sind Goldäpfel. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Was kann ich denn noch mit? Mein Babyhund lebt noch. Let's go. Hier sind Diamanten. Diese Cookies kann ich auch mal essen, Leute. Oh, hä? Der möchte du putiert, Junge. Was geht jetzt ab? Freunde, dieses Schiff war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber das Problem ist, meine ganzen Freunde sind schon fast fertig. Der hat nur noch einen Lucky Block. Und Lea hat auch nur noch einen Lucky Block. Oh, nein, Luke. Ha, ich werde trotzdem gewinnen, auch wenn ich arm bin. Und ich bin auch schon fast fertig. Oh, nein, Leute. Die sind schon alle fast in der Arena. Ich muss schnell machen. Oh, nein. Endermans attackieren mich. Komm, weiter, weiter, weiter. Und, ja. Oh, wow, wow, wow. Von wo, wo die Arena geht? Hey, lass mich. Nimm das, Uckry. Ey, das bist du, Lea? Hey, was soll das? Egal. Nimm das. Junge, ey, reicht jetzt langsam. Reicht jetzt langsam. Wir müssen verlieren. Ey, die will, dass ich verliere, Leute. Die will, dass ich verliere. Hier, boom, Alter, mit der Kanone. Aua, aua, aua. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ey, was soll das? Lass mich in Ruhe, Lea. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett, Leute. Lass mich auf gar keinen Fall gewinnen. Na, los, komm her. Nein, hey, der Kampf ist doch gleich erst. Warum attackierst du mich schon? Junge, Junge, Junge. Noch besser wirst. Ich werde all deine Lucky Blöcke stehlen. Nein, das kannst du nicht machen. Hey, warte ab. Oh, Mann, Leute, der zeigst. Ey, der Kampf ist erst gleich. Warte mal, wir dürfen das gleich attackieren. Das ist unfair. Hey, du klaust meine Sachen. Weg, Dallir. Oh, hey. Raus hier. Boah, 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 boah. Hey, richtig noch. Ey, der Kampf ist später, der Kampf ist später. Chill, 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 chill. Na gut, Uckry. Aber jetzt hast du zumindest einen Vorgeschmack bekommen. Ja, Vorgeschmack hin oder her, Junge. Ich werde dich eh gesiegen, Alter. Keine Chance. Oh, was haben wir hier? Lucky Portions. Lass die mal werfen. Oh, die geben uns gute Effekte. Okay, das kann ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ey, hier vorne haben wir auch irgendwas krasses in der Kiste. Aber wie kriege ich die Kiste auf? Oh, ich habe die einfach mit der Hand aufgemacht. Nur meine Hand ist so OP geworden. Schaut euch das mal an. Ich kann einfach hier alles aufmachen. Jo, hier sind recht krasse Sterne drin. Hä? Ich glaube, die können irgendwas krasses. Warte mal, die müssen wir auf leer werfen. So, zack. Und? Brr, ich habe mich getroffen. Warte mal, ich nehme mal die ganzen Sterne hier raus. Die sind, glaube ich, ganz gut. Explosive Star. Der ist auch krass. Die Hose bringen wir mal weg. Die haben wir zweimal. Heiß die Frohstars und Flaming Stars. Ey, Leute, diese Sterne sind, glaube ich, richtig krass. Die werde ich gleich benutzen. Ey, Luke, was soll das, Junge? Hey! Luke, Alter, ich habe es gesehen, Alter. Du hast mich abgeworfen. Ich habe es ganz genau gesehen, Junge. Ja, beeil dich mal hier. Ich bin schon fertig. Okay, ich beeile mich, ich beeile mich, ich beeile mich. Und, ey, nein, 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 nein. Ich habe ganz schlechtes anbekommen. Was soll das denn? Oh, nein, ich muss essen. Junge, was ist das? Ich habe ein Unglück. Ganz am Schluss habe ich noch Unglück, Alter. Was soll das? Oh, Mann, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Freunde, schnell weiter, weiter, weiter. Ich habe etwas Gutes bekommen. Ich habe etwas Gutes bekommen. Oh, let's go, Leute. Das ist okay. Das ist, oh, nein, das ist gar nicht okay. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Runder mit euch. Runder mit euch. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, wie schwindelig. Oh, Luke, ey, was soll das? Junge, Luke will jetzt auch noch hier ein bisschen Karma gleich bekommen, ne? Ey, du wirst gleich sehen, Luke, ne? Ich werde mit dir Sachen anstellen. Wirst du gar nicht wissen, Alter. Ja, ja, ich habe vielleicht keine gute Rüstung, aber ich habe so gute Waffen. Das weißt du gar nicht. Echt? Ey, okay, dann bin ich echt gespannt, was du gleich hast. Ich trinke mal hier die ganzen Tränke, Leute, die ich hier bekommen habe. Die scheinen anscheinend ganz gut zu sein. Ey, wird mal hier Tränke weggesprengt. Ist das denn ernst? Baby, okay, was geht ab? Boom, Leute, irgendwas Gutes noch? Ich muss irgendwas Gutes noch bekommen. Hey, ich habe eine Schwert bekommen. Und, das ist sowas so krass. Einzige mit einem krassen Schwert und hier vorne ist mein Snow Golem. Let's go. Ah, Hilfe. Okay, jetzt habe ich nichts mehr Gutes bekommen. Was ist das denn? Okay, Leute, noch ein paar Lucky Blöcke und dann machen wir einen epischen Fight. Noch ein paar Lucky Blöcke. Noch ganz, ganz wenige und ich sehe gar nichts mehr. Was geht hier ab? Hä? Wo bin ich? Bin ich überhaupt noch in eurer Dimension? Hallo? Hallo? Ja, aber du bist unsichtbar. Geht's dir gut? Mir geht's gar nicht gut, Alter. Yo, okay, jetzt sehe ich wieder. Leute, noch zwei Lucky Blöcke, kommt schon. Haha, ich bin fertig. Oh nein, ich muss auch fertig werden. Und boom. Oh, oh, warte mal. Kriege ich irgendwas Gutes noch? Oh, nee, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, Leute. Diamanten sind cool, aber die brauche ich jetzt erstmal nicht. Oh, hier vorne ist es noch irgendwas Gutes. Was ist das denn hier? Ganz viele Lucky Blöcke. Komm schon, alle öffnen, alle öffnen. Hä, was ist das hier unten? Was ist das hier unten? Warte mal, ich habe irgendwas Gutes bekommen, Leute. Launch? Roll. Und hier vorne? Tränkel. Lucky Tränkel. Let's go, lasst uns die direkt werfen, Freunde. Wir werfen ganz viele Lucky Tränkel. Oh, Leute, ich würde sagen, damit haben wir alle Lucky Blöcke geöffnet. Wir sehen uns in der Arena. Yo, Alter, die kämpfen ja schon. Ey, Freunde, ich trinke jetzt noch hier vorne diesen richtig krassen Trank. Epic Trank, Leute, mal schauen, was ich bekomme. Na, los, nimm das, Lilly. Alter, die kämpfen ja schon, Leute, die kämpfen ja schon. Warte mal, gleich bin ich dran, Alter. Ich möchte mich da gleich ein, so richtig eklig. Und dann komme ich hier hinten. Ah, nimm das. Was? Was? Alter, Lilly, was hast du denn für ein Schwert? Ich dachte nur, weil ich arm bin, dass ich kein krasses Schwert habe. Aber schaut mal hier, ich habe das krasseste Schwert. Das macht jeder alles in jeden One-Shot. Komm her, Uckri. Oh nein, Schwesterwüst, Bruder. Wer wird gewinnen? Alter, jetzt reicht es aber. Komm her, Lilly. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sie trifft mich nicht, sie trifft mich nicht. Haha, Lilly, guck mal, ausgewichtigt. Und boom, Spinnennetze. Wow. Oh nein, oh nein. Warum kann ich nicht mehr fliegen, Leute? Ich kann nicht mehr fliegen. Hilfe, Hilfe. Komm her. Boom, let's go, nimm das. Okay, du wirst niemals gewinnen. Ach, werde ich. Nimm das. Boom. Oh nein, oh nein. Sie ist so gut, Leute. Wie kann Lilly so gut sein? Du hast doch nicht mal krasse Sachen. Hä? Das macht nicht mal Sinn, Leute. Okay, so, zack. Ey, Hilfe. Hilfe, ich stecke fest. Ich stecke fest. Alter, was geht jetzt ab? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Äh, Uckri, ich bin auch gestorben. Wir hätten jetzt gewonnen. Äh, keine Ahnung. Warte mal, du bist auch gestorben? Sind wir gleichzeitig gestorben? Ey, Leute, wir brauchen irgendwie ein Replay oder sowas. Habt ihr irgendwie gesehen, ob Lilly vor mir gestorben? Ich weiß gar nicht. Ich habe sogar eine gute Idee. Lass uns mal in den Chat schauen. Was steht denn dort? Lilly was killed by magic. Warte mal, Lilly, du bist vor mir gestorben, steht da. Du bist vor mir gestorben, steht da. Okay, hat gewonnen. Let's go, ich habe gewonnen. Oh Mann, ich wollte es gewinnen. Haha, ich habe gewonnen. Hilfe, was geht da? Okay, Freunde, ich würde sagen, lass ein Like da ab und ich aktiviere den Knochen. Hilfe, lass mich in Ruhe. Hilfe, runter hier, runter hier ist er. Zack, jetzt bin ich weg, Leute. Hey, Berry, ich habe langsam die Nase voll. Ich auch, Junge, Berry. Ich glaube, du hast vergessen, dass du nur drei Leben hast. Äh, Leute, was geht bei Uckri ab? Wir haben insgesamt nur drei Leben und wenn wir die heute gegen Berry verlieren, dann werden wir aus dem Uckri-Sity gebannt. Wir haben aus dem Uckri-Sity gebannt. Oh ja, und Uckri-Rip, das war es mit dir. Du hast nur noch zwei Leben ab jetzt. Junge, Uckri, ich würde lieber das machen, was Berry dir sagt. Dann wisst ihr, wo er dann lebt. Äh, nee, weiß ich gar nicht. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir in den Bad werden? Wir haben aus dem Uckri-Sity gebannt. Was, Alter? Wir werden eingesperrt ins Pups-Gefängnis und aus dem Uckri-Sity gebannt. Junge, nein, nein, nein. Ey, weißt du was, Berry? Wir fangen sofort an. Wir werden dich besiegen und dann schaffen wir dich für ein und alle Male weg von dem Uckri-Sity. Was hast du gesagt? Äh, das war spannend. Leute, nur noch zwei Erzen. Ich meinte, Berry, dann werden wir beste Freunde, ja. Ach so, ich wollte schon sagen. Und übrigens, ich bestimme hier die Regeln. Ich sag mal liebe Dinge. Äh, was meinst du, Junge, Alter? Ich werde einen Lucky Block aufmachen, wann auch immer ich will. Ich mach den jetzt auf. Äh, 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 äh. Nein, ich will nicht mein nächstes Herz verlieren. Oh, Leute, der bestimmt halt wirklich die Regeln. Das ist Berry, Junge. Der hat... Was hat der da überhaupt in seiner Hand? Was ist das denn für ein Schmerz? Was ist das, Berry? Du hast ja nicht gelehnt. Äh, Kompli... Kompliment machen... Äh, Leute, was kann ich sagen? Was kann ich sagen? Helft mir schnell. Nein. Leute, lasst alle schnell in den nächsten drei Sekunden ab und like, damit mir was einfällt. Ey, schreibt in die Kommentare, was ist ein Kompliment für Berry? Warte mal, komm schon, komm schon, Leute. Ich muss überlegen. Ah, ich hab eine Idee. Äh, Berry, du stinkst ja richtig fett, Alter. Dein Ernst? Das war ein richtig gutes Kompliment, danke. Äh, äh, was? Äh, Kompli... Nein, stimmt, der mag es ja zu stinken, Leute. Okay, äh, warte mal. Der fängt einfach schon an und ist unsichtbar geworden. Oh, nee, das ist gar nicht gut. Zum Lucky, lass uns einfach die Lucky-Blöcke öffnen, damit wir als erstes oben sind. Ja, ist so, Junge. Und, jo, alles habe ich bekommen. Ja, was ist das denn? Alter, Uri. Ich hab einfach Diamantenspitzhacke bekommen, die ist krass als Diamantenschwert. Mach ich fett damage. Guck mal, Uri. Ey, lass mir eine Hühner in Ruhe. Das ist eine Ente. Hä, was für? Das sind Hühner und keine Enten, Uri. Weißt du nicht, ein Unterschied? Junge, lass meine Brüder, meine Entenbrüder in Ruhe, Mann. Kennst du nicht Ente? Junge, das sind Hühner, Uri, du Vollpfosten. So, wir machen weiter, Leute. Warte mal. Ich hab... Ich hab nix rausbekommen, Uri. Woran liegt das? Ey, Barry, wo bist du hin? Der hat die... Der hat die manipuliert, die Lucky-Blöcke doch bestimmt. Der kriegt nur Gutes raus. Äh, äh, Barry, kann es sein, okay? Bitte kill mich nicht. Das ist... Ich mach dir keinen Vorwurf. Ich frag dich nur, hast du vielleicht die Lucky-Blöcke manipuliert? Wie kommst du da raus? Nein, nein, nein. Niemals sind ich so... Nein, nein. Ey, der sagt, niemals würde der sowas machen. Ey, Barry, lass mich in Ruhe. Ey, wissen Sie was? Ich lauf jetzt hier einfach nach oben. Wenn sie nur wissen, dass ich es schon gemacht habe. Äh, Junge. Barry, du hast grad laut gedacht. Ey, ich mein, ich hab gar nix gehört, Barry. Du hast die Lucky-Blöcke niemals manipuliert. Nee, 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 nee. Die Lucky-Blöcke sind nicht... Uri, der hat die Lucky-Blöcke manipuliert, ey. Ey, der ist richtig verrückt, Alter. Egal, jetzt für den nächsten. Wir müssen das erst... Oh, ich krieg... Ey, Junge. Ey, Uri, ich glaub, der hat... Ich glaub, der hat deinen Treppenbär hier mit seiner verwechselt, weil die ist halt auch blau, Uri, ne? Alter, was ist das? Hä, was ist das? Zeig mal her, Uri, zeig mal her. Was ist das? Nee, ey. Yo, wie krass. Alter. Alter, Barry, komm her, Junge. Was soll das jetzt? Okay, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Was meint du, Früßdorf? Uri, das war's mit dir. Leg dich doch nicht mit Barry an. Ja, beim nächsten Mal, Uri. Beim nächsten Mal, wenn du da nochmal versuchst, dann wirst du auch selbst, wo Chris City geboren. Hä, ich hab nichts bekommen. Ja, ich hab grad auch nichts bekommen. Oh, was ist das denn? Yo, yo, was ist das, Leute? Okay, ich glaub, Alter, der hat irgendwie meinen Lucky Block manipuliert, dass ich nur Spitzhacken krieg. Junge, was ist eigentlich falsch mit dem? Leute, was krieg ich? Oh, okay. Custom Arrows, die sind bestimmt richtig OP. Die können wir mitnehmen. Was ist das für eine? Was gibt die an den Füßen? Boah, damit mach ich 100 Millionen Angriffsschaden. Schärfe 10, Band 10. Junge, das hat jeden einzelnen Effekt mal 10, sogar dreimal Haltbarkeit. Leute, also heute aus diesen Barry Lucky Blöcken, ne, kriegen wir richtig krassen Sachen anscheinend raus. Und was hat Barry da bekommen? Ey, Leute, ich werd nicht so was für ein Break, aber ich muss doch irgendwas Gutes bekommen. Äh, never. Ich hab hier was Gastmode komisch bekommen. Alter, zeig mal, ja, Uckri, was hast du bekommen? Schau mal, meine Hand. Was hast du bekommen? Alter, Uckri, zeig das nicht Barry, sonst tut der das im Namen der Polizei für sich beanspruchen. Ne, du hast gar nichts gesehen. Uckri, was ist das, Junge? Du hast da gar nichts gesehen. Zeig mal her. Alter, der wird jetzt einen Loot klauen, du Lolli, Uckri. Äh, da hab nix, nix. Ich hab den Apfel her. Nein, nein, nein. Uckri, ich würd mir lieber... Okay, komm, Ess ihn, Ess ihn, Ess ihn, Ess ihn. Kannst du gerne essen. Weißt du, was der macht so lach. Das ist ein verbotener Apfel, da steht ein F drauf. Äh, äh, Barry, willst du... Ja, Ess den. Verboten wird mir ein V geschrieben. Ey, der ist bestimmt richtig lecker. Ja, den ess ich zum Schluss. Das ist auf Englisch, Uckri, das ist auf Englisch, deswegen steht da kein V. Der, den ess da... Hör, was hat da? Alter, Uckri. Jetzt haben wir zwei Apfeln. Der hat den Hacker Apfel bekommen. Ess ihn mal, Barry, ess ihn mal. Nein, nein, der hat einen Hacker Apfel bekommen. Der ist viel zu krass. Ach, guck mal, was er bekommen hat. Was macht Batman hier? Alter, Alter, Barry, ich sag dir eine Sache, okay, den Apfel, den du grad bekommen hast. Du hast Batman getötet. Ey, der... Oh, Batman ist tot. Äh, Alter, das war eine Fledermaus, nicht Batman. Ey, Barry, Barry, ne, eine Sache, ne? Naja, das Haar steht dafür, dass es nach Hundepupsi stinkt, Junge. Nach Hundepupsi, willst du das wirklich essen? Ja, weg doch mit. War das voll ekel? Yo! Leute, der hat mir den Hacker Apfel gegeben. Da steht sogar, verbotene Apfel, ess den und du wirst... Äh, stehst du da drum auch weiter oder ich werde besser sein. Äh, okay, ja, danke, dass du mich motivierst, Barry. Leute, da steht, wenn du den isst, wirst du gebannt. Auf Englisch, ess den nicht. Ey, Leute, das ist... Das ist Cap, ne? Wir haben den schon mal gegessen, das stimmt nicht. Das ist einfach der verbotene Hacker Apfel. Dann kriegen wir den krassesten Effekt und wir machen alles One-Shot. Der hat mir einfach gedroppt, Junge. Ich hab den gebrankt. Ich hab den gebrankt. Ich hab den gebrankt. Hä? Was geht denn mit dir ab, Uckri? Warum kannst du fliegen? Hä? Ich hab doch keine Ahnung, aber irgendeinen Effekt bekommen, dass ich fliegen kann. Alter, Uckri. Äh, Uckri, ich hab was richtig krass bekommen. Yo! Alter, ich hab die krasseste Axt bekommen, die es gibt, ey. Ich bin richtig OP jetzt. Haha. Nicht so laut, sonst klaut mir das Baby wieder. So wie von dir, Uckri. Yo, was ist das denn? Oh nein, Riesenzombie. Oh, boom! Yo! Ey, siehst du, wie krass meine Axt ist? Ich hab's einfach... Hä? Ich hab das gemacht. Ich hab ihn weggeschossen. Alter, ich wollte den killen. Okay, egal. Wir machen weiter, Leute. Hier, boom, was kriegen wir? Lucky Sword! Oh, gar nicht mal so schlecht. Also direkt hier. Dieses Design, seht ihr das, Junge? Das ist einfach Barry drauf. Sieht voll hässlich aus, ehrlich. Hässlich was? Was hast du gesagt? Was? Ich hab's gehört, Leute. Stimmt, der hat super Ohren. Hat der mal gesagt. Ich meinte, Junge, der blaue Typ da vorne sieht voll hässlich aus. Siehst du den auch, Barry? Äh, ja, das stimmt. Aber, ey, eine Frage hab ich. Äh, ja? Kennt ihr diesen Billy Poops? Äh, Billy... Den ich gegessen hab? Billy... Warte mal, du hast nicht Billy... Äh, Leute? Hat der gerade gesagt... Kennst du ihn oder nicht? Äh, nein, nein, warum? Warum, warum? Billy ist doch, äh, nett, oder? Leute, Leute, was hat der gesagt? Junge, gegessen? Hör, was meint der? Äh, ich glaub, ich den kenne. Äh, nee, ich weiß nicht, wer das ist. Wer ist Billy? Was? Du kennst Billy die Legende nicht? Das ist der größte Jumann, den es gibt? Äh, warte mal. Äh, Barry ist mit Billy befreundet. Oh, okay, da gibt's... Stimmt, die haben ja ein paar, ähm, Gemeinsamkeiten. Billy mag Pupsi. Pupsi wie ich. Und weißt du was? Hä? Er hat auch letzten Song rausgebracht und der war auch richtig gut. Junge, was redest du da, Barry? Alter, warum bist du mit Billy befreundet? Äh, ja, Billy, stimmt. Ja, ganz vergessen, das war im Kindergarten. Der Lucky-Bloch war und... Hä? Junge. Alter, ey, der hat ganz vergessen, ne? Der hat meine Lucky-Blöcke manipuliert und jetzt hat er die einfach selber geöffnet. Alter, Uri, wie... Warum machst du so schnell, Junge? Chill mal ein bisschen. Ey, das ist ein Lucky-Show, was ich jeden bekommen habe. Einfach doppelt hier. Guck mal hier. Da brauchst du mir eh nicht schauen, wenn du mir nicht gibst, Uri. Wenn du mir nicht zeigst, Alter. Bebeid mal selber. Äh, äh. Oh, ups. Du bist einfach runtergefallen, brä. Egal, Alter. Der hat vergessen, dass er meinen Lucky-Blöcke manipuliert hat, Uri. Da hat er geöffnet. Da kam einfach so ein fetter Creeper raus. Alter, Barry, der ist... Schau mal, was ich für dich habe, Junge. Äh, was ist, Uri? Schau mal, was ich für dich habe. Ich habe das Schwert doppelt gesehen jetzt. Was? Alter, was ist das, Uri? Ja. Yo, Junge, was ist das denn für ein Schwert? Alter, was? Junge, das ist ja Ultra-OP. Aber ich glaube, mein Axe ist sogar vielleicht sogar krasser. Junge, es gibt mir irgendwelche Effekte, Uri. Regeneration und extra Herzen. Das ist ja mal Ultra-OP. Oh, yeah. Ich habe hier zwei Leckerblöcke. Ich eröffne dir jetzt. Leute, ich regeneriere einfach so Herzen. Aber es macht mir irgendwie ein bisschen Damage, Uri. Ich weiß auch nicht, warum. Egal, so. Wir machen jetzt hier sofort weiter, Leute. Wir müssen irgendwas... Oh! Yo! Ich habe einen richtigen Fett-Bogen bekommen. Roten OP-Bogen habe ich... Uri, weißt du was? Guck mal, weiß ich, was wir jetzt machen? Ey, guck mal, der tradet gerade mit einem Villager. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance. Ey, Leute, tradet mir noch immer mit einem Villager. Ey, du tradest mir nur Müll. Weg mit dir. Ey, Leute, was? Der hat einen Villager gekillt. Oh, wie ehrenlos ist der, Alter? Warum kittet er Villagers? Das wird ja auch mit uns anstehen, wenn wir heute nicht gewinnen. Deswegen. Äh, Barry, schau mal, da hinten ist ein Vogel. Wo? Äh, genau da vorne. Boom, Junge. Nein. Wie hat das überlebt? Hä, warum bin ich nicht mehr da, wo ich bin? Und warum bin ich? Egal. Äh, Barry, keine Ahnung. Ich glaube, du hast gepupst und mit einem Pupsi hast du dich wegteleportiert. Du machst ja so dick Pupsi, ne? Du weißt gar nichts. Nur ich weiß, was ich weiß. Okay, 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 Barry. Ich habe nichts gesagt. Alter, der wird sofort aggressiv. Ich bemerke, dass ich ihn weggeschossen habe. Das war ja immer mega geil. Alter, der Bogen. Junge, wie krass ist der Bogen, bitte sehr. Was ist gerade gerade gespawnt? Lucky Crew. Junge, wozu brauche ich das? Uri, du bist schon ganz nach oben, oder was? Oh, yeah. Boom, Alter. Yo. Was macht Olaf auf dem Pferd? Olaf? Warum ist da Olaf auf dem Pferd? Aus die Eiskündigen. Alter, weißt du was, Uri? Ich helfe dir. Bam. Bam, Junge. Das passiert mit Olaf. Siehst du den mit diesem Bogen? Ich habe den auch, Junge. Ja, klar. Wo hast du den, Uri? Der ist rot, Alter. Du sollst einen blauen Bogen kriegen. Ey, gib dir mir meine Lieblingsfarbe, Uri. Der darfst nicht gehören. Du darfst einen roten Bogen haben. Gib her. Ey, Simlaki. Ich will sagen dir was, okay? Junge, 2025 kommt einfach ein Microfilm im Kino. Äh, was? Hä, Uri, wie kommst du jetzt darauf? Ja, was gibt dein Kopf ab, Alter? Junge, hier ist Barry. Der will uns erledigen. Der will, dass wir aus dem Uri City gebacken werden. Und du redest... Das ist so ein Schein. Yo, yo, Alter. Weg, 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 weg. Alter, wie stark ist der? Der hat alle gekillt und der sammelt seine, ihre Seelen auf, Alter. Was geht beim Barry ab? Junge, nicht, dass er unsere Seelen auch aufsammelt und er uns im Gefängnis einsperrt und unsere Seelen. Wollen wir das nicht machen? Äh, äh, nein. Lieber nicht, nee. Uri, ist mit uns gespart geworden. Wo bist du? Wo bist du? Leute, ich habe es euch einen Melon bekommen. Guck mal. Soll ich die goldene OP-Melonen? Schwimmende Melone. Äh, Melone, wo Melone? Ja, ich habe gerade eben auch eine Melone gesehen. Das bin gerade sicher nicht ich. Leute, okay, gar nicht gut, gar nicht gut. Warum redest du, aber ich sehe dich nicht, hä? Äh, ich weiß nicht. Ich glaube... Äh, ich bin gerade Pupsi machen. Ich bin unter der Treppe. Du siehst mich einfach nicht. Ich will nicht, dass du siehst, wie ich Pupsi mache, ne? Ah, okay. Ich hoffe, der glaubt mir das. Ich hoffe, der glaubt mir das. Äh, ich glaube, wir sind lucky, der mag es doch, wenn du Pupsi machst oder nicht. Warum denkst du hier? Oh nein, oh nein, gar nicht gut. Oh Gott, Uri, du bist leise. Ich will ihn gar nicht pranken. Ich bin unsichtbar. Haha, das ist eine gute Chance, ihn richtig hopp zu nehmen. Alter, Leute, was macht die Ente? Leute, das stellen wir mit Enten an, Leute. So, verdient. Ente. Loll, was hat das mir gedroppt? Ey, endlich habe ich mal Rüstung. Ich habe gar keine Rüstung. Hä? Junge, was hat da... Ey, Uri, was ist da gespawnt? Jo. Ich weiß nicht, was ist das? Aufpassen, Uri. Ey, weißt du was? Ich gehe jetzt zum Barry, Alter. Ey, wirklich aufpassen, Uri. Nicht so draufließen. Du hast noch ein Herz, Uri. Oh, easy. Ey, warte mal, habe ich noch ein Herz? Wie viel habe ich... Oh nein, Rüstung aussieht, das sieht ja nicht. Okay, das war knapp, das war sehr, sehr knapp. Leute, guck mal, was wir machen, der will den abbauen, den Block. Aber wir werden dann Loot den ganzen entstehen, weil wir sammeln den ein, Leute. Seht ihr das so? Zack, guck mal. Wir warten jetzt einfach ein bisschen öffnen. Junge, warum springt der da so lange? Wow, warte mal, es fängt an zu sticken. Ich glaube, der Pups gerade einen Lucky Block voll. Bah, Junge, bah, Junge, warum Pups den einen Lucky Block voll? Jungs, was geht denn bei dem ab? Oh, das bringt mir immer am meisten Glück. Hör mal, was für Glück. Alter, okay, das war's komplett, Alter. Hä? Ich glaube, ich weiß, warum der kein Glück hatte. Ich war... Oh, der Kobold war schuld. Äh, ich glaube wirklich, Leute. Ich war einmal auf seiner Seite, auf einmal hat der kein Glück. Ich glaube, überall, wo ich auf der Seite bin, habe ich kein Glück, Leute. Der hat so eingestellt, dass ich kein Glück habe. Das war ich auf seiner Seite, der hat kein Glück, Alter. Haha, Alter. Oder, 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 der kommt hier hin, der kommt hier hin, Leute. Aber der sieht mich nicht. Hör, der ist mein Lucky-Blöcke. Du, was? Alter, das hast du davon, Junge. Batz, runter mit dir, Alter. Runder mit dir, Barry. Warte, ich hab dich gehört. Äh, was meinst du, Barry? Es tut mir, es tut mir leid. Ich hab mich gehört. Wir können verhandeln, okay? Leute, ich glaube, ich habe nur ein Herz oder so. Ich weiß es nicht, oder zwei Herzen. Du hast nur zwei Herzen. Guck mal, Barry, ich bin genau hier vorne, okay? Schau mal, ich habe ein richtig fettes Geschenk für dich. Ey, ich gebe dir die krasseste Polizeimütze, die es überhaupt gibt, ne? Das hat einen richtig fetten Orden. Willst du, wie sie die haben, Leute? Guck mal, da steht genug der Bindung, wenn er es einmal anzieht. Ja, ja, gib ich dir. Guck mal, das ist einfach ein Fellkreis. Du hast nur noch zwei Herzen. Äh, zwei, ja, alles gut. Ich würde dich niemals anlügen. Das hat Flut bei der Bindung, Leute. Wenn er es einmal anzieht, dann kann es nie wieder aussehen. Dann ist er am Ende, Leute. Das ist eigentlich richtig schlecht, Junge. Leder, Mist. Ja, okay, okay. Ja, alles gut. Guck mal hier. Ehrengeschenk. Guck mal, wie krass die ist, Alter. Zieh mal an. Zieh mal an. Oh, das sieht ja... Was weiß ich, fall nicht nochmal drauf rein. Äh, was meinst du? Ich mag mich mir genau analysieren. Oh, Junge. Nein, was? Was? Äh, Leute. Äh, Pranks, die nicht geklappt haben. Oh, Mann, die schief gelaufen sind. Da willst du gemacht werden. Ja, alles gut. Mach ich nie wieder. Leute. Der hat dafür gesehen, dass das Flut der Bindung war. Ich glaube, wir haben den schon mal geprankt damit oder so. Der ist nicht drauf reingefallen. Okay. Also, Leute, wir halten fest. Barry hat doch ein bisschen Grips im Gehirn, okay? Der ist doch nicht so blöd. Äh, der ist voll klug. Barry, du bist voll klug, ne? Ich bin in my home. Ach so, ja. Das war nur ein Test. Das war nur ein Test. Aber ich wollte gucken, ob du klug bist. Aber ich wusste, du bist klug, ne? Aber du musst mich nicht dafür extra killen. Ey, dann schau mal, das ist einfach Goldeffel. Ey, die brauche ich. Die brauche ich. Bam. Rüber. Was machst du da? Äh, wie, wie? Oh, äh. Hey, Barry, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Hä? War gut, aber wirklich nichts. Äh, ja. Ich habe die nicht bekommen. Das war fake. Hä? Äh, egal. Ich wollte die Clowning. Äh, 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 ist schief gelaufen, Leute. Heute läuft so einiges Schieb. Aber schaut mal. Junge, Barry, was ist denn da abgegangen? Alter, ich sag dir ehrlich. Da hat es ein bisschen Unglück, ne? Alles gut, ich regle das. Wie? Junge, der baut sich einfach da rüber. Guck mal. Das hält ihn auf, Uri. Das ist richtig gut. Der hat sich einfach selber in eine Falle gestellt. Junge, wie OP ist das denn? Okay, Leute, was haben wir? Oh, Junge. Richtig blödsinn, Ludleut. Wir brauchen was besser. Wir brauchen krasse Rüstung. Wir müssen ja noch immer nicht bis in Rüstung. Aber wir haben schon krasse Waffen auf jeden Fall. Okay, was kriegen wir daraus? Okay. Hä? Was war das denn, Alter? Ich hab Pupsi bekommen, ja. Hä? Was war das für Pupsi? Äh, Barry, hast du ehrlich Pupsi bekommen? Ja, schau mal. Als ob ich in diesem Lackenloch Pupsi. Nein! Äh, das war's mit deinem Pupsi, Barry. Barry, ich würde da jetzt ganz schnell hinterher springen. Weil... Ich hab nicht nach dich gehen. Ey, das war nicht wegen mir, Barry. Ey, 5-Sekunden-Regel. Solange es Pupsi noch nicht auf dem Boden ist, 5 Sekunden kannst du es noch retten. Denkst du nicht, der blaue Kuh? Was ist egal, du hast recht. Leute, gebrankt, Alter. Wirklich, Alter. Springt da mit dem Pupsi runter. Ey, der hat's wirklich, aber das bringt ihm nix, Leute. Denn der hat jetzt nur Grasblöcke. Der hat einfach Pupsi, sagt jetzt zu Grasblöcken. Der liebt so... Der ist so wie Billy. Kannst du sagen, dass das Billy sein Vater ist? Egal, Leute. Das ist schon mal gut. Der ist jetzt wieder unten. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit gespart. Und wir können jetzt... Alter, Ukri, was hast du da für Items? Und was geht ab bei dir? Junge, zum Locki, zum Locki, zum Locki, schau mal. Junge, was machst du hier eigentlich, Ukri? Kannst sein, dass du... Bro, das war's mit Ukri, ne? Nächstes Mal würde ich mir überlegen, dass du fliehst. Du hast jetzt wirklich einen Effekt bekommen. Alter, Ukri, aufpassen, aufpassen. Du hast doch einen Herz. Alter, Ukri, nein, 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 stopp. Rettungsmission, Rettungsmission. Alter, Ukri, ich werd dir helfen. Ich hab's geschafft. Junge, ich hab's geschafft. Easy. Ey, ich wollte dir nur helfen, Ukri. Naja, egal. So, wir gehen hier nach oben. Öffnen jetzt die nächsten Locki-Decke. Ich brauche keine Hilfe vom roten Pups. Alter, hast du mich gerade roten Pups gemacht? Bist du auf Barry's Seite, oder was? Okay, Leute, wir öffnen jetzt hier weiter. Äh, so, Bab. Ich glaub wirklich, das ist Billy, Alter. Ich sag euch ganz ehrlich. Egal, so, wir machen jetzt weiter, Bab. Ich denkst du, Billy prankens nur und wer ist das die ganze Zeit? Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt mir die Kommentare. Äh, was ist das, Alter? Was hab ich denn für eine Schaufel bekommen? Junge. Eier. Barry, ich hab ein Geschenk für dich. Schau mal. Barry, 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 Barry. Guck mal, was ich für dich hab, Alter. Extra für dich hab ich das besorgt. Komm mal, komm mal hier runter. Leute, das ist die krasseste Schaufel. Da bin keine ganzen Pups, die sich gönnen. Mhm, Barry, guck mal, wenn ich das dir gebe, äh, kannst du dann einmal bitte für mich ukri-killen? Äh, das muss ich mir noch überlegen. Hä, wie, Alter? Barry, wenn du siehst, was für ein Geschenk ich dir mache, Junge, dann wirst du mich auf jeden Fall verschont. Alter, guck mal, was für eine krasse Schaufel das ist. Damit kann er unendlich viel Pupsi fahren. Ist das eine gute Idee, dass ich ihm das gebe? Egal, ich mach einfach Barrys Geschenk, Alter. Nun, wir wären mit Barry Freunde heute. Ich bin da. Äh, ja, 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 schau mal her. Bah, Junge. Äh, ich mein, oh, es riecht so gut, ey. Hey, Barry, Furz, gleich noch mal. Ja, gib mir jetzt das Geschenk. Okay, okay, Barry, schau mal, guck mal, was ich für dich habe. Ganz viel Dirt. Pupsi. Oh, ja. Mehr Geschenke, mehr Geschenke. Und ich weiß, wie du unendlich viel davon haben kannst, Barry, mit dieser kleinen Schaufel hier und richtig schnell. Was ist das denn für eine Schaufel? Soll ich dir zeigen, Barry? Dann kannst du den ganzen Tag noch Pupsi fahren. Ey, Gott, das riecht so gut. Ah, drop sie mir, drop sie mir. Ey, ja, okay, okay, okay. Ey, da können wir in der Zeit einfach seine Glacke, Glacke klauen, Junge, damit wir schlecht genug haben. Okay, ey, Barry, ich zeig dir erstmal, wie krass das ist, okay? So, guck mal, boom, Alter. Das kannst du den ganzen Tag machen. Bob, okay, 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 okay. Entspann dich, entspann. Okay, hier, hier, hast du die Schaufel. Ja, let's go. Let's go, Barry. Fahrt nur den ganzen Tag. Oh, den Maulwurf, Alter, Leute. Was geht bei dem ab? Ja. Leute, was geht bei Barry ab, Leute? Egal, ey. Hä, was, was? Okay, Leute, ey, das ist richtig gut, ne? Wisst ihr was? Guck mal. Das Ding ist, der wird jetzt tausend Jahre fahren damit, ne? Die ist so krass, die hat tausend Haltbarkeit, die hat Haltbarkeit mal hundert drauf enchanted oder so. Also, diese Schaufel geht nicht so einfach kaputt. Und in der Zeit, wo er die ganze Zeit farmt, klaue ich nicht nur seine Lucky Blöcke, wir öffnen die ganzen Lucky Blöcke und sind als erstes ganz oben beim Ziel, Alter. 100 Prozent, so machen wir das. Ey, Simaki, jetzt kannst du schön alleine machen. Ich werde Barry nicht stören, ne? Alter, okay. Junge, wie du willst, wie schön. Willst du jetzt etwa mit Barry auf einer Seite sein? Junge, warum hast du eigentlich die ganze Zeit Barry Lucky Blöcke in deiner Hand? Ey, hast du die hier gecheatet? Junge, was geht denn bei dir ab? Ja, warum hast du so welche in der Hand? Die haben nur die hier vorne. Ich habe die bekommen, ich habe einen Lucky Blöcke geöffnet, da habe ich einfach viel in die Schauf bekommen. Junge, du willst cheatern. Junge, der wartet doch immer. Okay, hast du das eigentlich bemerkt, ne? Der ist da unten. Guck mal, wie viele Löcher der da schon macht. Guck mal, was ich ihm gegeben habe. Guck mal, wie viel. Was macht der da? Alter, der muss doch langsam genug Hubsi haben. Ich gehe wieder nach oben. Oh nein, oh nein. Okay, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt ganz schnell handeln. Okay. Wir müssen die Lucky Blöcke... Guck mal, okay. Der will die Lucky Blöcke nicht mit mir klauen, Junge. Der ist auf seiner Seite. Der hat alles okay. Der ist in Angsthase, Leute. Und weiter geht's, Leute. Ich habe echt nur Unglück. Alter, was ist das denn? Was ist das? Schwarzes Loch, äh, äh, Axt oder was auch. Nee, ich meine, äh, Digga, Setze. Leute, da kommt, da kommt. Schau, 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 schau. Wow, wieder was krass bekommen. Okay, Leute. Kurze Pupsie-Pause. Ja, ja, okay. Wir können wieder weiter öffnen. Leute, was ist das? Was ist das hier? Was habe ich für einen Fakt bekommen? Du weiter gehst. Alter, ich kriege da irgendwie manchmal gar keine... Oh, Leute, wir haben alle seine Lucky Blöcke geöffnet. Wenn er sich nicht auffällt. So, ich sollte jetzt... Barry, lass uns die ganzen Lucky Blöcke wieder weiter öffnen. Okay, so, äh, ganz normal machen wir hier beide. So, zack, ne? Äh, was ist los? Ey, wo warst du keine Lucky Blöcke mehr, Barry? Hä? Ey, wo sind deine Lucky Blöcke hin? Er war da schon wieder, Junge. Weg mit dir. Ey, lass mich, lass mich Ruhe. Lass mich Ruhe. Barry, 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 hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf. Ich weiß, wer es war. Ich weiß, wer es war. Barry, ich weiß, wer es war. Was? Schau mal, guck mal, was die denn deine Hand hat. Guck mal, was die denn deine Hand hat. Der hat die doch gestohlen. Der hat deinen Lucky Blöcke in der Hand. Oh ja. Okay, jetzt viel Spaß mit ihm auf einer Seite, Team, ne? Jetzt viel Spaß, du kleiner Schlumpf, Alter. Oh, doch, das war es so, Uri. Haha. Ey, hast du gerade die Schuhe auf mich geschont, oder was? Ja, ganz genau. Bob, Uri. Was geht bei Uri und Barry ab? Okay, naja, die habe ich jetzt vom Hals. Uri hat das verdient. Ich hoffe, der geht nicht drauf und wird von dem Uri-City gewandt, ne? Das wäre nicht so cool. Yo, Alter, irgendwie, ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Melonen, Leute. Checkt ihr das auch? Guck mal, hier. Rote, fette Custom-OP-Melonen. Irgendwelche blauen Melonen. Irgendwelche Void-Ord-Melonen. Alter, was geht denn da mit Void-Kernern? Okay, krass. Egal, was habe ich hier bekommen? Hä? Was ist das denn? Check ich überhaupt nicht. Ui, die ist eine Karte vom Lucky. Okay. Bringt mir aber überhaupt gar nichts. So, ich habe den voll gepupst, Alter. Hat der Glück gehabt, dass ich ihm nicht sein letztes Leben genommen habe. Äh, Uri, du bist gerade voll gepupst. Zum Lucky da. Ich wurde von ihm angepupst. Das war es mit mir. Meine ganze Ehre ist weg. Äh, Uri, das hast du dir verdient. Äh, boah, ich stink dir auch schon, Uri. Du bist hier gerade hingekommen und auf... Oh, Mann, Uri. Ich glaube, du bist eine ganze Lucky-Bucke. Uri, der hat hier... Geh runter hier. Ja, Alter, was geht bei Pär? Ich werde dir jetzt dein Name nehmen. Es reicht, Lucky. Wie seht ihr da, Reda? Komm, öffne die letzte Lucky-Bucke rein da. Uri, der will dich jetzt killen, ne? Ich habe jetzt so oder so. Ja, okay. Ich habe mal Glück gehabt, ne? Du hast anscheinend schon gute Rüstung, aber ich habe noch keine gute Rüstung. Oh, ich habe was krass bekommen. Ja, was ist das denn? Illusion? Alter. Das ist irgendein krasser Bogen. Den Effekt gibt es nicht mehr so, Mike. Und? Jo, was habe ich hier bekommen? Voidschwert. Ein Voidschwert, Leute. Guckt mal, wie krass das... Okay, damit werde ich alles zerstören. Wir haben einfach ein Voidschwert bekommen. Aber, Leute, wir haben gar keine Rüstung. Wir haben nur diese komische Rüstung. Ey, Uri, hast du vielleicht ein bisschen Rüstung für mich? Weil ich habe gar nichts, Uri. Ich mache gerade richtig krasse Rüstung. Alter, wirklich? Ich habe so viele Blöcke bekommen, wo ich die jetzt craften werde. Ciao. Jo, okay, zeig, zeig mal her. Zeig dir sofort her, Uri. Boah, das will ich unbedingt haben. Ey, warum kriege ich die ganze so einen komischen Effekt? Leute, das ist die schwarze Lochhacke. Und guckt mal, wie krass die ist, Alter. Wenn ich die einfach ausrüste, weil die so viel Damage macht, kriege ich einfach Langsamkeit, ne? Krass. Okay, das ist aber nicht so gut. Eigentlich sollte ich nur das kriegen, was mir Schnelligkeit gibt. So, was gibt mir Schnelligkeit, Leute? Ich teste mal kurz aus. Was haben wir hier am Start? Wir haben hier noch... Mhm. AK. Axt. Alter, die ist richtig schwer. Deswegen macht die mich langsam. Okay, Leute, egal. Ich würde sagen, wir rüsten die jetzt schnell aus. Wir müssen uns equippen, Baby. Und dann kann das ganze Spiel hier schon losgehen. Dann machen wir ein episches Battle gegen dich. Ich mache jetzt ein Fenster aus Pupsi. Äh, wie du machst ein Fenster? Barry, warum machst du ein Fenster? Äh, warum nicht? Ist doch cool. Barry, das ist kein Build-Battle, Junge. Das ist ein richtiges Battle. Und jetzt rüste ich mal aus, bevor wir gleich hier wegkleppen, ne? Barry, das andere an dich. Wir machen keine Bau-Challenge, wer das beste Fenster baut. Leute, der dachte, wir machen Bau-Challenge, Alter. Was für ein Bau-Challenge? Ey, so, Uri, jetzt gib mir mal das... Oh, was ist das denn für eine krasse Achse, Alter? Was hast du da bekommen? Okay, dann fangen wir an. Reiter, Alter. Ey, ne, ne, ne. Barry, Barry, gib uns doch ein bisschen Zeit. Ey, der macht die Regeln, okay? Gebt mir ganz schnell die Rüstung, sonst fängt er gleich an, Alter, wenn der Bock hat. Ich hab die Wände gecraftet. Hier, hier, ne, 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 ne. Gönn wir her, Alter. Let's go, Leute. Wir müssen uns kurz notieren. Also, wir haben den Hacker-Appel. Ich hab hier extra sogar rote, rote Rüstung gemacht. Oha, also, überhaupt... Ich wärm jetzt sogar noch so eine, äh... Hä, so eine blaue Void-Karotte. So eine weiße Void-Karotte. Richtig krass. Oha, lol. Lol, Alter, wie krass ist die denn? Yo, ich bin so richtig schnell mit der Rüstung. Okay, heftig, Alter. Guck mal, lass dir. Ey, yo, was ist das? Junge. Ice Void-Schwert, Junge. Wie krass ist das denn bitte sehr? Yo. Äh, warte mal, was jetzt passiert? Okay, was passiert? So, Leute, wir sortieren. Das ist das ganze Event. Wir haben hier uns ein Hacker-Apfel. Das wird auf jeden Fall ein Backup sein. Das werden wir aber nur dann essen, wenn wir keine andere Möglichkeit mehr haben. Denn, Leute, ihr wisst ganz genau... Danke, so Rocky. Ey, Junge, übertreib dich. Okay, okay. Ey, Barry. Okay, attackier nicht sofort, Junge. Du weißt doch, wir spielen nach seinen Regeln hier. Barry, wann geht's los? Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ihr eine Chance gegen mich habt. Hä, wir sind zu zweit. Du bist alleine. Wir werden dich sowas von besiegen. Barry. Ey, Ucri, ich weiß... Was ist das? Hey, au, au, Junge. Du schießt mit Bogen, Ucri. Ey, Ucri, Ucri. Alter, komm, Ucri. Ucri, nein, stopp, 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 stopp. Ich hab eine Taktik. Guck mal, wir machen so. Ich werde Nahkampf gehen und du gehst von hinten mit Bogen drauf. Okay, und dann wechseln wir uns ab. Danach gehe ich mit hinten. Weißt du, Fernkampf, da hole ich Nahkampf. Oh, okay, komm, komm, dann ist das jetzt hier. Let's go. Ich bin Nahkampf, Ucri. Gib mir Rückendeckung. Jetzt Antake, Ucri. Putz, Junge. Bam, Alter. Ich muss... Oh, der hat mich getroffen, Ucri. Junge, ich werde den Krieg mit meiner Axt diesmal engolieren. Und jetzt mit Void-Schwert. Boom, boom, Junge. Ich muss nicht noch... Oh, wie stark ist der, Ucri, Alter. Wie stark ist der? Bam, 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 bam. Ich bin super stark. Ich bin super stark. Ucri, der hat meine Rüstung kaputt gemacht. Der hat meine Rüstung kaputt gemacht. Nein, ich muss ganz schnell... Es ist hier, es ist hier. Ich hab was, ich hab was. Alles gut. Voidkarotte, Voidkarotte. Was, ich nimm die auf. Ich nimm die auf. Alles gut. Nein. Junge, der hittet mich die ganze Zeit. Bam. Voidkarotte, zack. Ich rüste die aus, Ucri, ganz schnell. Und ganz am Ende werden wir den Hecker-Apfel essen. Aber sowas von, Leute. Okay, und jetzt wieder Antake, Mann. Bats. Alter, der hat so einen krassen Bogen. Der hittet uns die ganze Zeit weg, Ucri. Boom, ich esse noch die nächste Karotte. Ist das, Ucri? Natürlich ist erlaubt, Junge. Jetzt werden wir nicht mehr nach deinen Regeln spielen, Ucri. Wir werden dich jetzt besiegen, Ucri. Weißt du was? Ey, jetzt fuhre ich den Bogen und ich nachkampf. Jetzt geh du nachkampf, Junge. Ich spraye dir mit Bogen zu, Junge. Ich spraye dir die Ecke, Ucri. Bam, 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 bam. Ich hab noch ganz viele Feine. Ey, Ucri, ich hab noch wirklich richtig viele Feine. Bam, bam, bam. Ucri, ey, pass auf. Oh, was solltest du mich nicht trifft, Alter. Junge, ey, du musst die ganze Zeit links bleiben, Ucri. Dann werde ich dich nicht treffen. Bam, 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 bam. Ich mach richtig krassen Feuer. Alter, ich schieße wie eine Maschinenpistole, Alter. Boom, 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 boom. Guck mal, wie schnell ich schieße, man sieht das nicht ganz. Ihr habt eine Chance gegen mich. Oh, doch, du hast keine Chance. Oh, doch, haben wir. Ey, ich fress noch erst mal die Melone. Und jetzt attackiere ich ihn mit meiner... Ich glaube, dein Baustrum-Freund hat schon richtig wenig Leben. Was? Alter, Ucri, nein, nein. Ucri, wo bist du hin? Ucri. Was war's mit ihm? Alter, Leute. Wenn ich Barry jetzt nicht besiege, da wird Ucri aus dem Ucri-Zietige gebannt. Nein, das werde ich nicht zulassen. Ucri, bist du auch da? Hast du ihn schon gebannt, Alter? Du wirst ihn jetzt nicht einsperren, Barry. Ich werde dafür sorgen, dass du ihn nicht einsperren wirst. Er ist schon in meinem Hubschie-Gefängnis. Nicht dein Ernst, Barry, Alter. Du wirst das sowas zurückkriegen. Guck mal hier. Fress meinen fetten Bogen, Alter. Und jetzt, bam, Attacke, Alter. Attacke, Junge. Ich höre dich nicht. Boom, boom, ja. Haha, weil ich unsichtbar bin. Leute, guck mal, ihr seht mich nicht. Ich habe nur ein Schwert. Haha, let's go. Aha, aha, jetzt kannst du mich nicht mehr... Er hat mich getroffen, Leute. Und jetzt, Leute, test doch das Schwert, das Ucri mir gegeben hat. Für Ucri, Alter, für Ucri. Batz. Batz, ich booste damit jetzt einfach so was weg, Junge. Boom, boom. Bam. Junge, wann gehst du endlich drauf, Junge? Aber so viel Leben, Alter. Warum wie dick bist du? Leute, guck mal, wie viel Damage das macht. Guck mal, wie viel Damage das macht. 112.000. Und das ist noch krasser. Das Vollschwert ist noch krasser. Junge, das macht so fett Damage. Ich bin üblich, dass ich nicht mehr viel Leben habe. Ey, Leute, denkt immer laut. Der hat wenig Leben, das heißt attackieren, Junge. Bam. Alter, wir konnten Barry noch nie uns im Leben besiegen. Wir haben ihn noch nie besiegt. Wir haben ihm sicheres Haus nie besiegt. Und dann mussten wir abhauen, weil er jetzt so krass war. Aber heute wird der Tag sein, wo ich ihn besiegen werde, Alter. Ich werde nicht mehr abhauen, Junge. Bam, bam, Junge. Es reicht mir, Junge. Es reicht mir, es reicht mir. Boom, 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 boom. Warte mal, Leute, haben wir es geschafft? Nein. Wir haben es geschafft. Haben wir Barry besiegt? Ich bin genau hinter dir. Was? Alter, wie hast du es überlebt? Junge, mein Schwert macht 128. 12.000 Damage. Junge, Alter, jetzt geh doch endlich mal drauf. Ich dachte, ich hätte ihn besiegt. Leute, ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Junge, sonst gehen wir hier selber noch drauf. Der hat meine ganze Rüstung geschrottet. Alter, der hat die sofort kaputt gemacht. Und gleich wird er auch mich erledigen, wenn meine ganzen Effekte weggehen. Die gehen noch richtig lange, Alter. Irgendwann habe ich all meine ganzen Karotten und so aufgegessen. Habe ich auch nicht mehr viel Leben. Alter, der sprayt mich hier zu, Junge. Ich muss alles essen. Ich muss... Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich werde es jetzt gleich den Apfel essen. Aber jetzt erst mal, geh weg von mir, Junge. Batz. Boom, Junge. Fress das, ey. Ich bin besser als du. Ja, denkst du wirklich, ne? Leute, wir tun es jetzt. Guck mal, was ich bei der Hand habe. Das ist zu schnell. Das ist das, was du mir gerade eben gegeben hast. Haha. Alter, hast du dich noch an den Apfel? Ja, das war mir schlecht. Der ist schlecht? Du denkst, der stinkt nach unten? Nein. Das ist kein Hundepupsi. Das ist der Heckapfel. Und ich werde den jetzt essen. Und... Leute, was passiert mit deinem Herzen? Oh nein, ich sehe nichts mehr. Leute, werde ich gerade gebannt? Nein. Ja, ich glaube, ich habe dich besiegt. Denkst du doch nicht wirklich, oder? Wow. Da bin ich wieder. Und schau mal, wie schnell ich jetzt bin, Junge. Boom. Oh ja, du kannst mich nicht mehr sehen. Ich bin Flash. Und bam, hier vorne bin ich. Boom, Junge. Batz. Batz, Alter. Ich werde dich jetzt erledigen. Bam, 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 Junge. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Ich habe die krassesten Effekte jetzt drauf. Die gehen einen Tag lang. Junge, boom. Ich... Warte mal, wo ist der hin, Leute? Wo ist der hin? Hä? Wo ist der hin, Leute? Wo ist Barry hin? Der ist da unten. Du bist raus aus der Arena. Du willst jetzt verflüchten. Nein, ich werde dich nicht zulassen. Du denkst auch, du kannst flüchten. Nein, nein, nein. Stehen geblieben. Ich bin zu schnell für dich. Bam. Bam, Junge. Bam. Fress das, Alter. Fress das. Du hast die Schaufel nicht mehr. Die ist kaputt gegangen. Ha, du hast die kaputt gemacht. Und jetzt. Fress meine krassen Heaps, Junge. Du kannst nicht hin kommen. Wow, Junge. Guck mal, wie schnell ich bin, Leute. Der denkt, der ist hin kommen, ne? Der denkt, der ist hin kommen, Leute. Ich werde mich für Ruhig gerechnen, Alter. Wenn ich den jetzt... Du hast es geschafft, hä? Du musst es schaffen. Bam, Junge. Ich werde dich jetzt kriegen. Barry, das war es mit dir. Ultra Rainbow. Feuer, Alter. Boom, 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 boom. Alter, ich werde dir sowas besiegen. Du bist in der Sackgasse. Batz. Leute. Okay. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe Barry besiegt. Let's go. Ich werde wiederkommen. Was ist jetzt passiert, Alter? Junge, wie du wirst wiederkommen? Wie Barry wird wiederkommen? Nein, oder? Leute, was geht hier ab? Ich glaube, der ganze Server stützt ab. Alles stützt ab. Leute, aber wir haben es geschafft. Uckrey, bist du wieder am Leben? Bist du wieder drin, Alter? Ja, ich bin wieder drin. Let's go, Leute. Lasst ein Abonnenten, Likes. Vergessen nicht, die Glocke zu aktivieren. Und bei 100.000 Abonnieren mache ich das direkt gegen Uckrey. Und vielleicht sogar gegen Barry. Also lasst ein Abonnenten, Likes. Und jetzt drückt schnell aufs nächste Video. Checkt Biddy und Uckrey ab. Ciao, ciao.